hi leute ich bin martin ich bin 35 jahre alt und wollte ich jetzt in diesem video mal erzählen wie man ein jahr in australien bleiben kann ohne dieses offizielle working holiday visum wenn man schon älter als 31 jahre ist ich bin 35 jahre alt bin jetzt schon seit zehn monaten unterwegs und erkläre ich jetzt in diesem video wie es funktioniert wir haben das in vier schritte unterteilt im ersten sage ich was über das visum im zweiten sage ich was so ein paar tipps und tricks zur einreise wie man am besten durch den zoll kommt im dritten teil sage ich noch mal kurz was über meinen persönlichen hintergrund und im vierten teil geht es ein bisschen um die grauzone das heißt ja fragen die man sich vielleicht stellen könnte wenn man hier wirklich unterwegs ist also bleibt dran und los geht's kommen wir zum ersten punkt und zwar dem visum ich habe das e visitors visum subclass 651 was kostenlos ist was ihr online beantragt auf der seite des australischen governments und zwar ja ist das relativ selbsterklärend ich meine es gibt viele youtube videos wo noch mal wirklich die einzelnen punkte erklärt werden was sie da wirklich ausführen können können wir gerne noch mal unten verlinken ja wie gesagt ganz wichtig was ich gemacht habe ich habe das kurz vorher erst beantragt sogar drei vier tage vor abreisen weil das bei bewilligung dann wirklich zwölf monate gültig ist bewilligung dauert so im schnitt 24 stunden also bei mir waren sie glaube ich nach drei vier stunden war das bewilligt genau und ganz wichtig ist bei der ganzen sache dadurch dass das visum zwölf monate gültig ist ihr aber nur maximal drei monate im land bleiben dürft müsst ihr nach den drei monaten dann wieder ausreisen und können dann wieder zurück ins land für weitere drei monate und können das ganze spiel rein theoretisch vier mal wiederholen dass ihr insgesamt dann zwölf monate im land hat genau und ganz wichtig ohne dass es neu zu beantragen also das ist elektronisch gespeichert ihr müsst ja nicht irgendwo wenn ihr in neuseeland oder irgendwo seit noch mal dieses visum neu beantragen das ist alles elektronisch hinterlegt und ihr habt quasi diese zwölf monate genau sicher kommen wir zu punkt 2 der einreise also ich hatte auch mal ein leichtes mulmiges gefühl weil man hört ja die tollsten sachen und geschichten dass man da wirklich richtig auseinander genommen wird an der kontrolle ja aber geben wir es mal systematisch durch also er kommt schon im flugzeug bevor er in australien landet so eine kleine karte wo ihr eure ganzen daten angeht eure adresse woher in australien wohnen werdet den grund warum ihr einreist also ihr tourist auf jeden fall angeben und ganz wichtig der australien ja so scharfe sicherheitsbestimmung hat das heißt was was den import von sachen angeht fragen die euch was zu deklarieren ist und da würde ich euch als tipp geben kreuzzeit wirklich irgendwas an was ihr deklarieren könnt irgendwelche medikamente oder keine ahnung was weil das lenkt immer so ein bisschen von den ganzen geschehen ab und ja ja beschäftigt die erst mal wirklich den fokus nur auf die zu deklarierenden sachen zu lenken ja und wenn ihr dann aus dem flugzeug raus kommt kommt ihr an schalter dann werdet ihr meistens gefragt warum seid ihr hier also seit siegen tourist urlaub ich würde auch nicht angeben dass ihr woofing macht also nur arbeiten für unterkunft würde ich jetzt würde ich jetzt einfach die gar nicht den den fokus darauf lenken ja dann kann es sein dass ihr noch nach einem rückflug ticket gefragt werdet und war bei uns jetzt nicht der fall aber wir hatten uns auch dahingehend abgesichert und da könnt ihr wenn jetzt nicht wirklich ein flug schon gebucht habt weil das immer ein bisschen schwer zu planen ist wo ist man in drei monaten es gibt da zum beispiel bei expedia oder schaut dann einfach selbst mal im internet also wir haben es bei expedia gemacht da konntest du schauen was für flüge innerhalb von 24 stunden stornierbar sind und haben dann wirklich frühs wo wir von bali nach australien zurückgeflogen sind den flug gebucht der in drei monaten erst geht und haben das dann wenn wir wo wir wieder australien waren storniert als haben dann wirklich keine kosten gehabt und hatten halt einen reellen flug ja der wirklich wenn das nachgeprüft wird kein fake flug ist weil ich glaube wenn das geprüft wird und auffliegt dann habt ihr ein richtiges problem weil dann ja ich glaube dann war es das mit eurer einreise ja und vielleicht noch als tipp wegen der ausreise ich würde es euch jetzt nicht unbedingt empfehlen nur heute auszureisen und morgen wieder einzureisen das heißt ich würde schon ein bisschen zeit vergehen lassen wir haben das immer so gemacht wir waren zum beispiel in neuseeland für ein paar wochen waren für ein paar wochen in bali ich glaube das ist dann immer glaubwürdiger als wenn wenn man wirklich heute ausreist und morgen oder übermorgen wieder einreist ja ich glaube das sieht dann sehr verdächtig aus ich meine ist nur mein gefühl aber wie gesagt wenn ihr einmal hier seid bali ist nicht weit ist dann um einiges günstiger einfach mal kurz wieder aufzutanken oder halt mal neuseeland anzuschauen ja gibt es sonst noch was zu sagen zur einreise speziell eigentlich nicht also wie gesagt es ist elektronisch hinterlegt euer visum braucht das nicht noch mal neu zu beantragen aus einem anderen land auf jeden fall was deklarieren somit legt ihr den fokus schon mal auf eine ganz andere sache außer auf euren aufenthalt und ja immer schön angeben ich bin tourist was ihr auch wirklich seid und ja kommen wir schon zum nächsten thema punkt 3 mein persönlicher hintergrund da ich ja wirklich hier nur als tourist unterwegs bin und mit touristen wie so um reise da muss ich ja irgendwo geld verdienen und ja ich bin quasi als digitaler nomade unterwegs das heißt ich arbeite online habe da verschiedene einnahmen das ist halt auch ganz wichtig für mich gewesen weil ich konnte dann hätten die mich wirklich in die mangel genommen oder gefragt warum ich jetzt hier seit acht monaten australien unterwegs bin wie ich mir das finanzieren hätte ich den wirklich meine konten offenlegen können womit ich auch eigentlich immer gerechnet habe und dann wirklich meine geldeingänge wirklich glaubhaft zeigen können hätte können ja und vielleicht noch als tipp wenn ihr nicht gerade auch irgendwie online geld verdient und da regelmäßig geldeingänge habt dann macht es halt so dass ihr wirklich genug geld auf dem konto habt ich glaube ein working holiday visum muss dann drei vier tausend euro vorhanden sein um dann wirklich hier einreisen zu können oder weiter reisen zu können und ja deswegen schaut halt dass ihr auf keinen fall irgendwie geldeingang von australischen arbeitgeber oder sowas da habt wie gesagt sichert euch da ein bisschen ab zeigt dass ihr geld habt und dass ihr das geld auch so ein bisschen in dem land lassen wollt und dann seid ihr relativ safe so kurzer stellungswechsel der wind ist dann doch zu stark geworden dazu kommen wir zu punkt 4 und zwar zu den tipps und der grauzone die wichtigste frage vielleicht gleich vorneweg darf ich hier nun arbeiten und zwar ganz klar nein als ihr habt wirklich nur ein touristen visum mit denen ihr so lange herbleiben könnt euch ist aber halt nicht gestattet hier zu arbeiten man kann könnte roofing machen das habe ich auch gemacht also katharina hat gearbeitet ich habe ein bisschen was mitgemacht und wir haben dann halt kostenlos mit dort gewohnt das kann man machen aber jetzt wirklich hier richtig offiziell arbeiten dass er nicht wir sind jetzt ja schon eine weile unterwegs und haben auch schon viele leute kennengelernt und also wer es vor hat es ist möglich ich denke mal ist auch nicht wirklich schwer hier irgendwas zu finden ich würde sagen auf den ländlichen regionen also farm jobs kann man auf jeden fall machen in der stadt denke ich mal ist ein bisschen schwieriger aber sollte auch funktionieren aber wie gesagt ich würde es euch nicht empfehlen ich kann es euch nicht verbieten muss jeder selbst wissen was er macht kann ich vielleicht noch eine kleine geschichte erzählen von einem bekannten von mir den haben sie am flughafen bei der border patrol richtig auseinander genommen der hatte auch nur ein touristen visum ist hier gereist hat ja auch gearbeitet und ihm wurden dann seine nachrichten und e mail verläufe nachgewiesen und er durfte nicht einreisen durfte dann sofort zurückfliegen und ja muss jeder wissen ob das wert ist wie gesagt ich habe das video gemacht weil ja ich mir damals sowas gewünscht hätte bevor ich hier nach australien gekommen bin einfach mal zu wissen wie kann man am besten hier so lange bleiben und wie kann man das alles machen und ich hoffe ich konnte euch ein paar fragen beantworten wenn euch das video gefallen hat lasst einen daumen nach oben da schaut euch auch mal unsere anderen videos an wie gesagt wir sind ja schon eine ganze weile hier unterwegs haben schon einige sachen gesehen und erlebt und haben auch coole videos mit tipps und tricks mit auto umbau und so weiter schaut euch einfach an genießt es und genießt auf eure zeit hier in australien